Einen galaktisch und wunderschönen Tag. Einen galaktisch und wunderschönen Tag. Hä, was ist das denn? Ja, gut. Vielleicht soll ich mal einsaufen. Dann krieg ich das mit der Begrüßung vielleicht auch hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Hearts. Wir sind wieder am Start und wir haben uns darauf vorbereitet, dass wir jetzt mit Goofy und mit Donald uns aufmachen. Mit dem Gummiboot, beziehungsweise mit diesem Gummiraumschiff, in eine neue Welt. Aber zuerst mal Triotech. Triotech. Geil. Peck Erfahrungspunkte geballert und ein paar Talerchen. Die nehmen wir natürlich mit, da können wir uns geilen Stuff mitkaufen. Ähm, ja, wir gehen hier, würde ich sagen, raus zum Tor der Welt. Bodenstation und Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Die Kampfstufe gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Okay, das heißt, wir sind gerade hier in Traverse, das wissen wir ja mittlerweile. Und jetzt, wir können, wo können wir denn mal hin? Wir können einmal hier hin. Da ist grün, das heißt, das ist okay. Und wir können hier hin. Das ist auch grün, das heißt, da können wir hin. Aber da ist Stufe 2, das heißt, da sind zwei Sterne. Hier ist nur einer. Hier geht's theoretisch gesehen da drüben zum Mickey Schloss. Aber da können wir nicht hin. Also würde ich sagen, nehmen wir das mit einem Stern, ne? Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich glaube, das andere könnte noch ein bisschen hart werden. Let's go! Mit diesem Gummi-Jet reisen wir von Welt zur Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummi-Jet kirkont gesteuert werden. Deine Reise wird dokumentiert, bis du dein Ziel erreicht hast. Mache die Mission, jede Welt, die jede Welt zu bieten hat, ausfindig. Der Gummi-Jet wird mit dem linken Stick gesteuert. Neige den linken Stick nach oben, um nach unten zu fliegen und umgekehrt. Die blaue Leiste zeigt die Energie zum Beispiel Laser und Pang-Netz an. Okay. Die grüne Leiste zeigt die Schild-Energie an. Fällt die Schild-Energie auf 0, geht es zurück zur Abflugstelle. Okay. Und wie können wir hier ballern? Ah! Und hier können wir auch ganz viele tolle Dinge sammeln. Guck mal. Oh. Das, äh, ja gut. Ich habe gerade, wir haben Schaden gekriegt. Scheiße. Ja, Tobi, wir können total geile Dinge sammeln. Aber mäßig, Tobi. Wow. Okay, ist aber schon irgendwie ein geiles Mini-Geld, ne? Okay, wir werden wieder voll live, das ist gut. Oh, was ist das? Nein! Oh, okay, das ist mit der Kamera, aber... Kann man das sammeln? Schutzschild. Geil. Okay, da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen, wa? Das ist von der Steuerung her echt wild. Wir sind übrigens heute noch mit diesem anderen Setup, ne? Mit dem anderen Mikrofon und mit Cam. Morgen geht es mit Cam dann weiter. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Morgen gehen wir wieder mit Kamera rein. Geil. Ich muss dringend diese Sachen hier sammeln, die die fallen lassen, glaube ich, ne? Wow, was ist das denn? Hilfe. Wow. Oh, was ist das? Ach, das ist die Welt, wo wir hinfliegen, okay. Captain, wir sind unter Attack. Oh, im Wunderland. Guck mal, wer Alice und den gestiefelten Kater finden. Wunderland. Wundersame Begegnung. Oh, wie geil. Okay, Goofy ist gechillt. Der ist, der ist... Ja, gut. Oh, mein Fynn, was ist das? Ich bin leid, ich bin leid, ich bin leid. Oh, 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 oh. Ich bin leid, ich bin leid. Oh, oh. Ich bin leid, ich bin leid. Oh, the Queen, you have my head for sure. Ach, ist das schön. Oh, diese ganzen Disney-Charakter. Ich kann da gar nicht oft genug drüber reden, ne? Wie nice ich das finde. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich schon nie mehr hören, aber... Oh, ich finde das total geil. Ich finde das total geil. Der Schwanz hinten. Wir sind im Kaninchenbau. Natürlich sehen wir das. Okay, lass mal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir hier irgendwas Geiles, was wir gebrauchen können. Oh. Oh, nein. Du bist einfach zu groß. Was? Ich bin Klax. Sorry. Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, hierher zu kommen und erstmal irgendwelche Tränke zu trinken. Aber ich glaube, um da reinzukommen, werden wir das wahrscheinlich tun müssen, ne? Aber hier sind zwei. Oh, was ist das? Oh, was war das gerade? Okay, egal. Wird schon passen. Okay, da können wir auf jeden Fall rein, das ist gut. Dann werden wir uns dann mal, wa? Laus Red Bull. Oh. Hä, wie cool. Ah, und den können wir wahrscheinlich trinken, damit wir wieder groß werden. Ich verstehe. Alles klar. Oh no. Oh no. Hä, wieso? Ah ja, okay. Na komm. Malaka. Malaka. Häng rein. Oh. Der hat Luftblasen verloren, was ist das denn? Sehr gut. Au. Aber gut zu wissen, hier gibt es auch Herzlose, natürlich. Also haben wir die mittlerweile in jeder Welt. Sind die die echte in jeder Welt ausgelassen, ne? Gibt es ja gar nicht. So, ich muss hier mal gerade einsammeln. Sag mal. Dreck. Sehr gut. Hey. Oh, du Arsch. Komm ich jetzt drauf. Warte mal, ich mach mal Magie. Oh. Toll. Ich hab gerade Magie verschwendet. Na egal. Passt schon. Okay, lass mal. Ist hier sonst noch irgendwas? Was denn hier? Ah, okay. Da ist gerühn. Das können wir leider noch nicht machen. Warte, warte, warte. Was gibt es hier vorne? Nichts. Na gut. Da vorne gibt es, glaube ich, sonst auch nichts, ne? Wir gehen mal kurz hier hoch. Hup. Hup. Ne. Okay, kein Fupfup. Passt. Okay, dann lass mal hier reingehen. Ich glaube, mit ihm ist es nicht gut Kirschen essen. Na, der ist... Ja, ja, okay. Alles klar. Ich, äh... Ich, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Gehen wir hier rein. Ist ja gut, dass sie eine zweite Tür haben, ne? Alice. Das ist jetzt in Session. Ich bin auf der Fall. Aber warum? Her Majesty, die Queen of Hearts preside. Das Mädchen ist der Culprin. Da ist die Forsten. Hast du nichts zu sagen, in deiner Befreiung? Natürlich. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Du kannst du Queen sein, aber ich bin Angst, dass das nicht das Recht, dass du so... so schade sein kannst. Silence! Du wirst, liebe Eini? Nein, 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 nein. Hey, Leute, wir sollten sie helfen. Ja, mein Kind. Wir sind auszuders, also würde das nicht so schade sein? Schade sein. Oh, ja. Und das ist gegen die Regeln. Und das ist die Bottomline. Und das ist die Bottomline. Bringt mir Beweise für Alice Unschuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen. Okay, lassen wir das. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Okay, wir haben schon mal keine Zeitvorgabe. Das ist gut. Wir haben schon mal keine Zeitvorgabe. Mh, wir brauchen Beweise. Hey. Ich habe in der Tat einen Verdächtigen gesehen. Nimm dich. Okay. Ihr seid alle echt kacke. Wisst ihr das? Hey, Hasenmann. Warum hat der so rote Augen, Alter? Finger weg von den Drogen, kleiner Hapulmann. Oh, ich sitze in ihrer kündlichen Majestät, die Herzkönigin. Okay. Okay, haben wir Alice. Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy. Und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen, auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr hier mit hineingezogen wurdet. Ja, gut, im Grunde genommen haben wir uns ja selber mit hineingezogen, ne? Oh, das ist ein Speicherpunkt. Das ist geil. Können wir uns mal speichern. So. Erstmal fett durchspeichern hier. Zack. Wunderbar. Wird überschrieben. Nice. Okay. So. Und hier hinter uns kommen wir. Wo kommen wir denn hier hin? Lotushain. Lotushain, da gehen wir rein. Let's go. Oh. Da ist er ja. Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice. Bald verliht sie ihren Kopf. Dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, dann sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles. Aber sagt nicht immer alles. Die Antwort. Der Schuldige. Die Katze. Alles liegt im Dunkeln. Warte. Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt vier Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel. Drei davon zu finden. Das vierte ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir ihm trauen? Vertrauen oder nicht? Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Wie finde ich den uncool? Okay, erstmal Punkte sammeln. Hier Beweise. Okay. Gib mir... Was? Gib mir Potion, dann schenke ich... Was? Dann schenke ich dir Größe. Ah, okay, okay, okay. Ah, warte mal. Häsi-Arsch. Sehr gut. Ich weiß, ich muss wahrscheinlich nicht jeden Bobbel einsammeln, aber ich kann nicht anders. Gib mir Äther. Okay. Oh, hier ist ein blaues Ding, aber wir kriegen einen Besuch, glaube ich, ne? Ja. Okay, erstmal Besuch aus dem Weg räumen. Hä? Hallo, Sie. Au. Arschloch. So. Okay. Warte mal, einmal ganz kurz den hier bitte. Geil. Wir haben gerade Äther bekommen und ne Potion. Perfekt. Und was ist das? Irgendeine Kiste. Na, was sind denn die Blumenblasen hier? Was ist das? Wir haben in Beweis ne Fußspur bekommen. Oh. Oh, da oben ist ne Kiste. Sehr gut. Nein, wer sieht immer die Blumenblasen an. So. War da schon wieder einer? Oh ja, Tatsache. Sehr gut, Goofy, sehr gut. Alter, wie immer ist Goofy, bitte. Goofy ist halt einfach richtig on fire, ne? Krasser Typ. Okay, hier haben wir einen Stein. Den können wir aber nicht wegbewegen. Da sind wir zu schwach, ne? Und Himmelpilze. Gib mir Äther. Wenigstens sagt die nicht, gib mir Äther, ne? Die Roten wollen also immer Äther haben und die Gelbe will Pauschen, ne? Ich geb dir mal Pauschen. Schönen Dank auch. Viva la Oelle Problema. Oh, wir haben ne Hai Pauschen bekommen. Aber sonst nichts. Weiße. Okay, hier haben wir noch eine mit Pauschen. Warte mal, das ist die hier, glaub ich. Ja, warte. Hier. Wundersame Stimme, los, dreh mich, wird's bald. Willst du mich essen? Ich bin ja so lecker. Okay. Oh. Oh nein. Oh nein, wir sind wieder klein. Scheiße. Wir haben irgendwie kein Äther, ne? Wahrscheinlich haben wir das in der Kiste, oder? Warte mal, Item. Ruhe. Den brauchen wir. Tauschen. So. Ich geb dem Ding mal Äther, komm. Ja, ja. Hier. Das war's jetzt, oder was? Toll. Ich dachte, die gibt uns irgendwas Geiles. Wir haben nur noch eine Pauschen, leider. Ah, wir kommen hier aber nicht weg, oder was? Hä? Haben wir irgendwas hochgefahren? Ach, das Ding ist hochgegangen, oder was? Okay, aber wie werd ich jetzt wieder klein? Ach, warte mal, kann ich irgendwie switchen? Kann ich irgendwie jetzt zu goofy oder so wechseln? Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Oh! Oh! Okay, wir sind wieder klein. So, warte mal, jetzt haben wir das hier umgedreht, aber das bringt uns doch erstmal gar nichts, oder? Warte mal. Kommen wir die Pilze vielleicht da hoch? Warte mal, ja, ja, Goofy, genau. Aha. Guck mal. Hey. Wasch. Hihihi. Okay, sehr gut, warte. So. Wunderzimmer. Gehen wir mal rein. Oh nein. Oh, da ist ein Beweis. Huiuhu. Boah. Geil. Beweis, Kralle erhalten. Oh. Hallo, Herr Katzenmann. Schaut, schaut, ihr habt es gefunden, sehr gut. Jetzt können wir alles retten. Seid euch nicht so sicher. Sie mag ja unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch ist etwas gegeben. Äh, euch, aber euch etwas geben. So, die Kraft der Kälte. Oh, wir können jetzt Eismagie. Geil. Wir sind aber noch nicht fertig. Waren das nicht vier Beweise? Ich meine, das waren vier Beweise, oder? Wir haben nur zwei. Das heißt, wir müssen auch noch mal rein. Glaub ich, oder? Warte. Wir müssen da noch mal hin. Wir sind doch nicht fertig. Ich würde ja gerne mal hoch, außerdem ist da noch eine Kiste. Die würde ich ja auch gerne öffnen. Oh, warte. Komm wieder. Schon wieder. Komm. Geh kacken. So, warte mal. Nein. Wenn wir... Ah, okay. Wenn wir klein sind, geht das nicht. Alles klar. Gehen wir mal da hoch. Ah. Hü. Hü. Hüps. Wo kommen wir denn hier hin? Nein. Wir kommen hier wieder ins Wunderzimmer. Oh. Beweisgeruch erhalten. Uah. Sieh, Lümmel. Komm mal. Komm mal. Schluss hier. Rubinsplitter. Und noch ein Rubinsplitter. Huch. Donald, ich hab dich. Oh, da liegt noch was. Lucidsplitter. Okay, wir müssen mal gucken, für was wir diese ganzen Splitter und Diamanten, für was wir das alles gebrauchen können. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ein Beweis fehlt uns aber noch. Ich mein, drei würden reichen wahrscheinlich, um sie zu retten. Bei vier bekommen wir aber irgendwas, hat der gesagt, ne? Oder haben wir unsere Belohnung schon bekommen in Form des... Daumen sind zwei Kisten sogar. Boah, da würde ich schon gerne hin. Haben wir unsere Belohnung schon bekommen in Form der Eismagie? Das kann natürlich auch sein. Oh, der vierte Beweis. Let's go. Beweisstachel erhalten. Geil. Das war easy. So, warte mal. Jetzt würde ich gerne... Ob wir da hochkommen, weiß ich immer nicht, ne? Oh ja, doch. Zu früh abgesprungen. Oh ja, geil. Wauf! Der 16., 17. und der 18. Welbe sind nach Hause gelaufen. Hä? Ich sag's doch, ich glaub, die sind auf Drogen hier. Wo war denn... Hey, jetzt bin ich hier runtergejumpt. Scheiße. Oh. Warte, wir müssen doch nochmal hoch. Die war doch irgendwo noch in der Kiste. Die habe ich doch gesehen. Dick und fett hat die doch gestanden. Die ist hier um die Ecke, ne? Ja, scheiße. Wie kommen wir denn da hin? Vielleicht werden wir uns groß machen? Ach, können wir nicht essen. Scheiße. Ach, kacke. Okay. Irgendwie... Haben wir nicht mehr, ne? Wir haben auch keine Potion. Also, wir haben jetzt Ruhe, glaub ich, noch Potions, ne? Nee. Hier. Ruhe. Drei Potions. Warte. Die will E-Zeit, die will pauschen, glaub ich, ne? Ja. Äh, hier. Ich hab die selber genommen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh boy. Hunderter Profi einfach. Einfach Hunderter Profi. Hier. Hihihi. Oh boy. Scheiße. So, warte mal. Da hoch kommen wir nicht. So. Aber wir können die nur essen, wenn das Ding hier umgedreht ist. Scheiße. Okay, das bringt alles nichts. Okay. Gut, dann, komm, lass das Ding holen. Aber wir retten... Wir haben alle vier Beweise. Wir retten Alice. Komm. Let's go. Wir haben alle Beweise gefunden. Das ist, äh... Für mich schon ziemlich gut. Okay, ich geh mal vorhin nochmal speichern. Oder würde ich... Doch, muss ne Kiste. Hm. Wie kommen wir da hin? Hm, das sind sogar zwei Kisten. Leck mir ja mal. Okay, wir gehen das mal speichern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir versuchen, Alice zu retten. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen. Ne? Dann auch wieder mit Cam und mit anderen Mikrofonen. Ich danke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und let's play Kingdom Hearts. Macht's gut. Bis dann ja. Und schönen Abend. Doch, tschüss. Tschüss.